Moin, hallo und herzlich willkommen zum Trolltest Weihnachtsgruß, denn es ist wieder diese ganz besondere Zeit im Jahr, in dem wir zunächst einmal mit unserer Familie Weihnachten feiern und dann uns vom alten Jahr verabschieden und uns ein neues Jahr suchen, das wir dann im Beschlag nehmen können. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist eigentlich die perfekte Zeit, ein bisschen zu schwadronieren über den Channel, über das, was wir hier im letzten Jahr erlebt haben, was ich mit euch im letzten Jahr erlebt habe. Und vielleicht habe ich noch die eine oder andere kleine Überraschung, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber wir beginnen mit ein paar wichtigen Sachen, die mir ganz persönlich sehr am Herzen liegen. Und zwar möchte ich einigen Leuten ganz besonders dafür danken, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben, weil sonst wäre wahrscheinlich der Kanal in der Form überhaupt nicht machbar, beziehungsweise wäre überhaupt nicht entstanden in der Hinsicht, in der es ihn jetzt gibt. Deswegen ohne weitere Umschweife vielen Dank an Tobi, an Sam, an Laszlo und auch an Widerskills, die im Laufe des Jahres in verschiedenen Videos auf trolltest.de mit dabei waren. Ein ganz großes Dankeschön auch an Claudia, an René und an Hannes, die immer wieder mit guten Ideen und auch mit viel Verständnis für mich und meine Person dafür gesorgt haben, dass der Kanal jetzt in der Form, in der er jetzt existiert, auch tatsächlich existieren kann, ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an Sam3DE, Sam3DE, XYKR, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie man deinen Namen ausspricht, aber du weißt, dass du angesprochen bist. Du bist derjenige, der dieses großartige Intro-Video für die neueren Trolltest-Videos gemacht hat. Und wir kannten uns vorher nicht, du hast das einfach aus freien Stippen gemacht. Ich bin wahnsinnig baff gewesen, als du da mit dieser Idee auf mich zukamst, als du mir gesagt hast, du würdest dieses Intro-Video gerne für mich machen und das dann tatsächlich sogar gemacht hast. Und deswegen vielen Dank an dich für deine Arbeit, die du für den Trolltest-Kanal gemacht hast, ohne dafür in irgendeiner Art und Weise irgendeine Gegenleistung zu erwarten oder zu verlangen. Vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Ebenfalls sehr zu schätzen weiß ich die unglaubliche Teilnahme von unter anderem Herzog Zosa und auch vom kleinen Tuber, die immer wieder interessante und gute Kommentare unter die Videos geschrieben haben und dadurch im Grunde die Videos nochmal aufgewertet haben, einfach durch weitere Informationen oder auch durch sinnvolle Kritik. Natürlich nicht nur ihr Bein, es gab wahnsinnig viele unter euch, unter den Trolltest-Rudelgliedern, die mir mit hilfreicher und konstruktiver Kritik zur Seite gestanden haben und dadurch dann im Grunde dafür gesorgt haben, dass die Videos jetzt auf diesem, sagen wir mal, einigermaßen hohen Level zur Verfügung stehen, indem sie jetzt zur Verfügung stehen. Natürlich auch von allen anderen oder an alle anderen in dieser Hinsicht vielen Dank für eure hilfreiche und konstruktive Kritik. Vielen Dank auch an Dominik von Cyberclaw LP, der ist tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, er hat den Trolltest-Kanal als einzigen Kanal in seine unterstützte Kanalspalte eingetragen, ohne mir davon ein Wort zu sagen, einfach so aus heiterem Himmel. Ich habe das gesehen und ich weiß tatsächlich auch das sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Ja, aber damit würde ich sagen, vielen Dank. Das wollte ich sagen. Natürlich auch an alle anderen, die in irgendeiner Art und Weise einen Kommentar unter das YouTube-Video gepostet haben, unter eines der YouTube-Videos gepostet haben, oder die den YouTube-Kanal abonniert haben, die immer mal wieder dafür gesorgt haben, dass der Kanal wächst, in der, im kleinen Wachstum, in der er jetzt im letzten Jahr gewachsen ist. Finde ich sehr schön. Gut. Troll, wolltest du noch dazu kommen? Ja, Mann! Komm gleich! Na, na gut. Machen wir jetzt mal weiter. Und zwar habe ich angekündigt, es gibt vielleicht eine kleine Überraschung und die kommt jetzt. Und zwar habe ich im Laufe des Jahres ein paar kleine, tatsächlich nur ein paar, eine kleine Auswahl an Spielen zusammengesammelt, die ich jetzt gerne an euch weitergeben würde, wenn ihr sie denn haben wollt. Dafür würde ich sagen, schreibt hier einfach einen Kommentar unterhalb dieses YouTube-Videos, also dieses hier unten jetzt einfach in einen Kommentar rein. Und dort schreibt ihr dann am besten als, ein Stichwort, Troll mit dazu, in irgendeiner Art und Weise, was ich wünsche euch und eurer Familie trolltastische Weihnachten, so in dem Stil. Und wenn dort in irgendeiner Art und Weise Troll steht, dann weiß ich, ihr wollt gerne am Gewinnspiel, in Anführungsstrichen, am Dankeschön-Gewinnspiel teilhaben. Und zwar habe ich für euch dreimal Hotline Miami, zweimal Risk of Rain, einmal Natural Selection 2 und dann noch was ganz Besonderes, und zwar ein Alpha-Funding-Account für Dwellvers. Dwellvers ist im Grunde so eine Art Dungeon-Keeper-Variante, allerdings mit interessanten neuen Ideen und das ganz Besondere daran ist, es gibt derzeit bereits eine Alpha-Version, die könnt ihr euch kostenlos bei der, oder auf der Dwellvers Homepage herunterladen, die Alpha-Version 0.6c müsste es jetzt derzeit sein, ich bin nicht so ganz sicher, weil dort in letzter Zeit relativ viele Updates für eben diese 0.6 Alpha-Variante rauskamen, aber diese 0.6 Alpha-Variante, die könnt ihr euch kostenlos dort herunterladen und dort einfach mal schauen, was sich hinter dem Spiel bislang verbirgt und ob ihr vielleicht das Spiel auch unterstützen wollt und für einen von euch habe ich jetzt einen Alpha-Backing-Account für eben Dwellvers, den einer von euch dann gewinnen kann. Die Gewinner werden natürlich wieder in irgendeiner Art und Weise im Losverfahren dann rausgezogen, so dass ich dann ja, nicht irgendwie ihn bevorteile oder sowas, sondern dass ihr alle die gleichen Möglichkeiten habt, dann auch die Spiele zu bekommen. So, ja, was machst du da jetzt? Ne, Moment, ey. Ja, und jetzt? Na, wie war es jetzt? Ja, was sollen wir jetzt machen? Jetzt habe ich noch Weihnachtsgrüße. Und zwar an alle Zuschauer, aber nicht an dich. Hm, das ist ja jetzt fast nett von dir. Fast. Ja, pff, jetzt hört es ja keiner mehr. Die Aufnahme ist ja kaputt. Na ja, gut, ähm. Können wir es jetzt nochmal neu machen? Ich weiß nicht, klatsch einfach hoch. Die Danksagungen sind alle dabei und das Gewinnspiel auch. Na. Was machst du jetzt? Ich? Ich gehe jetzt wieder weg. Du hast ja deine Kamera kaputt gemacht. Na gut. Hm. Na gut, das war's dann auch. Das ist mir geil. Das war's dann auch. Dir auch schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.